Heute geht es um das Thema Immobilien GbR vererben. Denn es kann ja auch mal passieren, dass ein Beteiligter, also ein Gesellschafter, an einer Immobilien GbR verstirbt. Und was für Folgen das hat und vor allem auch welche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten es hier gibt, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuer mit Kopf, Steuern spart, wer Steuern plant. Die Immobilien GbR ist eine ja sehr flexible Möglichkeit, zusammen in ein Immobilienprojekt, in eine Eigentumswohnung, Mehrfamilienhaus oder ähnliches zu investieren. Wie das Ganze funktioniert, haben wir euch schon mal in ein paar Videos erklärt, werden wir euch hier verlinken. Aber was passiert denn eigentlich, wenn einer der beiden Beteiligten, mindestens zwei Beteiligte braucht, der so eine GbR verstirbt? Grundsätzlich ist es so, dass man hier natürlich ganz klar schauen muss, was für eine GbR ist es denn. Eine GbR ist grundsätzlich natürlich eine juristische Verbindung zwischen zwei Personen. Also, ja, Ehegatten können das sein oder auch Freunde oder auch Verwandte. Die haben einen gemeinsamen Zweck, der erfüllt werden soll. Das ist in dem Fall zum Beispiel der Erwerb, die Vermietung oder die Projektierung einer Immobilie, in Form dann einer Immobilien GbR. Hier gibt es grundsätzlich auch dann einen Gesellschaftsvertrag, der im Normalfall, sage ich mal, den Zusammenschluss regelt. Und in der Folge natürlich dann ist die Frage, wie ist denn das Ganze im Grundbuch eingetragen? Im Grundbuch wird in dem Zusammenhang die GbR eingetragen. Das kann durchaus auch zum späteren, naja, steuergestalterischen Ansatz einige Steuervorteile bieten. Denn die GbR ist ja dann Eigentümer der Immobilie. Vorab hier natürlich eine Frage an dich und zwar, bist du investiert in eine Immobilien GbR? Hast du eine Immobilien GbR? Und wenn ja, was machst du mit deiner Immobilie? In den nächsten Jahren werden so viele Immobilien vererbt, wie bisher noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Liegt daran, da natürlich die Generation Babyboomer jetzt nicht nur bald in Rente geht, sondern auch die Tendenz steigt, dass diese einfach in den nächsten Jahren versterben werden. Die Babyboomer hatten vor allem ja in den letzten Jahren die Möglichkeit, sehr viel Immobilienvermögen aufzubauen, um das dann später an die nächste Generation zu übergeben. Grundsätzlich an dieser Stelle muss gesagt werden, anders als bei der GmbH, wo ja jeder einzelne prozentuale Anteil an den Erben übergeben werden kann, ist es bei einer GbR leider nicht so einfach möglich. Denn in dem Zusammenhang ist es so, dass ja die Anteile an einer GbR nicht vererbt werden können. Hier gibt es im Großen und Ganzen zwei unterschiedliche Handhabungen. Denn hier gibt es den Begriff der sogenannten Fortführungsklausel. Gibt es diese zum Beispiel nicht, also gibt es keine Fortführungsklausel, dann muss die GbR in diesem Zusammenhang aufgelöst werden. Das ist, sage ich mal so, der härteste Weg, den man gehen kann, dass man sagt, durch Tod oder durch das Ausscheiden eines Gesellschafts an der GbR wird die GbR aufgelöst. Ist es hingegen so, dass eine Fortsetzungsklausel vorhanden ist, dann wird es grundsätzlich so gehandhabt, dass hier die Fortsetzung ohne die natürliche Erben durchgeführt wird. Da natürlich aber entscheidend, was für Sonderkonstellationen hier noch vertraglich geregelt werden. In dem Zusammenhang ist es so, wenn eine Fortführungsklausel gegeben ist und die Erben also aussteigen, ist es so gegeben, dass natürlich hier dann jeder eine Abfindung aus dem Vermögen erhält. In dem Fall der Verkehrswert der Immobilie zum aktuellen Zeitpunkt. Es gibt natürlich hier die Möglichkeit, dass in diesem Zusammenhang auch Sonderregelungen getroffen werden, dass nicht der aktuelle Immobilienwert vergütet wird, sondern ein niedrigerer Betrag oder zum Beispiel hier nicht sofort das Ganze in bar ausgezahlt wird, sondern in dem Zusammenhang über mehrere Raten gezahlt werden muss. Grundsätzlich ist es so, dass Finanzen bewertet natürlich nach dem sogenannten Ertragswertverfahren. Das ist das häufigste Verfahren, was hier angewendet wird. Alternativ gibt es natürlich auch noch Vergleichswert- oder Sachwertverfahren. Aber, wie gesagt, bei einer verbietenden Immobilie ist es meistens das Ertragswertverfahren. Wie gerade eben schon gesagt, es ist aber so, es empfiehlt sich natürlich hier genauere Regelungen zu treffen, wie zum Beispiel natürlich hier der Eintritt, also sprich das Art Einkaufen in die GbR. Hier eine sogenannte Fortsetzungsklausel mit zusammenhängender Nachfolgeklausel. Hat zur Folge, dass man hier natürlich den Vorteil hat, der Erbe führt mit den anderen Gesellschaftern oder die Erben führen mit den anderen Gesellschaftern hier die GbR ganz einfach fort. Wichtig ist auch, wer darf dann am Ende eigentlich erben? Grundsätzlich ist es so, dass derjenige in dem Zusammenhang, der wirklich erberechtigt ist, sei es zum Beispiel durch ein Nachlass hier oder ein Testament, durch ein Vermächtnis oder ähnliches, der darf natürlich auch hier mit einsteigen. Grundsätzlich gilt natürlich die gesetzliche Reihenfolge. Bedeutet, es geht natürlich zuerst auf Ehegatten, Kinder und dann, wenn das nicht der Fall ist, auf den erweiterten Kreis. Grundsätzlich bedeutet natürlich, es gibt Ausnahmen. Man kann auch hier sehr, sehr viel gestalten im Bereich natürlich des Testaments, dass man hier direkt natürlich Vermögen zuordnen kann. Bevor du jetzt aber losgehst und sagst, okay, ich gründe nur noch natürlich eine Immobilien-GbR, hier noch ein, zwei Gedanken, die du da natürlich mit bedenken solltest. Grundsätzlich ist es so, dass Immobilien-GbRs bei Banken oftmals schlechter bewertet werden als der Einzelkauf. Warum ist das so? Hier werden in dem Zusammenhang die Einnahmen auf beide verteilt, aber natürlich in dem Zusammenhang nicht alle Ausgaben. Ausgaben werden hier bei manchen Banken aufgrund des Risikos doppelt gerechnet. Bedeutet, halbe Einnahmen, normale Ausgaben und natürlich auch mit dem Eigenkapital und den Schulden wird hier ähnlich verfahren. Bedeutet, eine Immobilien-GbR kann grundsätzlich auch dazu führen, dass du einen schlechteren Zinssatz bei der Bank bekommst. Auch noch ein weiterer Nachteil ist, wo man sagt, das kann in Zukunft etwas interessanter werden. Hier sind viele Immobilien-GbRs mittlerweile abgeschrieben. Deswegen kann ein sogenannter Step-Up, eine Step-Up-AFA hier in dem Zusammenhang sinnvoll sein, dass zum Beispiel man nicht mit einer Immobilien-GbR arbeitet, sondern diese zum Beispiel in irgendeiner Form in eine KG oder in eine GmbH und Co. KG umwandelt. Das kann durch die Konstellation der Umwandlung bzw. Einbringung der Anteile hier natürlich zur Folge haben, dass natürlich eine fiktive Veräußerung stattfindet, die natürlich steuerfrei ist, auf jeden Grunde zum Beispiel der 10-jährigen Behaltungsfrist. Auch natürlich in dem Zusammenhang bedeutet das höheres AFA-Volumen, was wieder geschaffen wird. Und in der Folge kann man das Ganze natürlich dann hier auch weitergestalten, je nachdem, was man dann damit erreichen will. Wichtig ist aber dann natürlich der negative Punkt bei der Immobilien-GmbH und Co. KG, dass hier am Ende hier das Risiko besteht, dass natürlich eine Betriebsvermögen entsteht und damit hier die steuerfreie Veräußerung dann in weiteren 10 Jahren nicht mehr möglich ist. Was sind deine Gedanken zu Immobilien-GbR? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf, Steuern spart, wer Steuern plant. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020